Hi, ich habe jetzt seit, glaube ich, zwei Monaten kein Update gemacht an Videos. Ich bin im Moment sehr im Stress. Ich wollte wieder mal darüber berichten, was sich tut. Ich werde jetzt ziemlich bald wieder wechseln vom Gel auf die Spritze. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sonst tut sich auch sehr viel. Ich werde bald einen Blogpost machen, was sich privat so tut und fernsehtechnisch sozusagen. Ein paar, die den Blog verfolgen, werden wissen, dass ich mit dem Bartwuchs herumtue und versuche, den Bart zu färben. Man sieht nicht wirklich viel, aber vielleicht doch ein bisschen. Und dass ich versuche, den Blog wieder auszubauen und mehr Infos und Links hineinzugeben. Es sind jetzt wieder mehr Links über Packer und über Binder drinnen, auch über Infostellen. Und was auch wichtig ist und was Neues ist, dass ich jetzt mitmachen darf im Verein Transmann Austria. Da gibt es in nächster Zeit zwei wirklich tolle Veranstaltungen. Und ich werde versuchen, die Facebook-Seite und die Blog-Seite wieder abzudaten. Und mehr dazu dann in nächster Zeit im Blog. Und alle, die Infos brauchen, ihr schreibt es mir eh schon fleißig, tut das bitte weiterhin. Und wir werden versuchen, das über den Verein zu spielen, dass ihr auch regelmäßig Antworten kriegt. Es ist momentan wirklich sehr viel und ich werde versuchen, das alles rechtzeitig zu beantworten. und ja, die nächste große Info wird sein, was bei der TV-Doku rauskommt und wie es mit der Spritze wird. Ich bin schon sehr gespannt, ob man dann einen größeren Schub und eine schnellere Veränderung merkt. Ja, also ich sage es jedes Mal, aber ich werde versuchen, regelmäßiger Videos zu posten, um euch auf dem Laufenden zu halten. Okay, gute Nacht. Malen, wie viele Erfahrungen in der, der beiden